ja ich schlafe 100.000 ich brauche ich bin fast nix ihr habt nur für 20.000 gespielt ja 200.000 siehst du ganz oben ganz ganz unten rechts siehst du was das ist ja und wenn ich das gewinne bekomme ich million bitte ich gewinne das ich will das gewinnen ich hab gleich keinen bock mehr ihr habt doch so kaputt ich habe 500.000 gewonnen ja und eine million ich kaufen was soll ich mir jetzt mal kaufen du hast nur 5100.000 gewonnen also 6.000 wie viel habe ich jetzt gewonnen 6.000 200.000 ich bin einfach so gut diesen modus hä wo bist du digger ja ich bin rausgegangen ey keck ich könnte jetzt alle meine autos verkaufen dann bin ich platt oder spaß soll ich mein autos verkaufen für geld ja mach doch ich kaufe dieses verkauf dieses motorrad was ich da habe der soll dieses auto verkaufen und bekomme ich fast eine halbe million welches dieses teil ernsthaft ja warum ich kann mich mitnehmen nein ich schade keinen Warte, warte, warte. Nein! Yey. Kannst schon schneller fahren. Ich fahre mit, ich fahre mit. Ach egal, Scheiße. Let's go. Ist doch gar nicht. Ich verkauf dieses Motorrad. Ganz kurz. Okay. Das hab ich halt geklaut, weißt du. Ich hab nicht gekauft. Ich bin noch reich, ich hab noch 13.000. Und du? Äh, 1.200, 3.200, äh, 1.000, 23.000, was? Äh, nee, 123.584. Ah. Ey, Digga, du siehst, du hörst dich voll anders an. Weil ich in anderen Hesse trabe, wird der andere ist kaputt. Ich weiß nicht, wo du immer... Abbrrrr. Kannst du das noch? Mach ich nicht, mein Mutter fängt grad. Du kannst das auch leise machen, aber egal. Hä, was? Was macht deine Mutter? Schlafen. Ähm. Ist die schon müde? Na, die ist krank. Was hatten die denn jetzt? Keine Ahnung. Kann es sein, dass die erkältet ist wegen, äh, Winter? Könnte sein. Oh, bitte, siehst du nicht Corona, oder? Aber du hast schon mal Corona gehabt, oder? Mh, ja. Ich kann das Auto für 10.000 verkaufen. Äh, Lole. Ach, scheiße, ist das scheiße. Ich kann für, äh, mein, äh, fast 300.000. Wie viel kannst du dein Auto verkaufen? Ich hab... Ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... 300.000. Wow. Soll ich machen? Also, wenn du dein Geld brauchst, kannst du machen. Dann kannst du dir ein viel besseres Auto kaufen, als das Auto. Ist voll scheinwillig. Mhm. Hab ich gemacht. Hast du nicht, oder? Doch. Zeig mal, wie viel Geld du jetzt hast. Wie hast du jetzt? Erstmal einzahlen. Wie hast du? 419.000. Was, ne Million, Digga? Leg dich nicht mit nem Profi an. Hä? 2, 1, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13. Vielen Dank.